Hallo Leute und willkommen zu meinem Review von Fine Woven, oder auf Deutsch Feingewebe, das Material, das bei Apple-Zubehör Leder ersetzt hat. In diesem Video wollen wir uns das neue Material genauer ansehen. Ich möchte euch alles zeigen, was es darüber zu wissen gibt und es vor allem auch direkt mit dem klassischen Leder vergleichen. Wie also bereits gesagt, Lederzubehör direkt von Apple gibt es nicht mehr. Das wurde seit der Vorstellung der iPhones der 15erei durch dieses neue Fine Woven ersetzt. Vor allem betrifft es die iPhone-Lederhöhle, das Leder-Wallet, die Leder-Apple-Watch-Armänder und die AirTag-Anhänger. Apple begründet diesen Umstieg offiziell folgendermaßen. Laut Apple soll das neue Material bei der Erzeugung deutlich weniger Emissionen erzeugen und allgemein die negativen Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren. Unter anderem soll es dabei auch um die eingesetzten Chemikalien und um den hohen Wasserverbrauch bei der Gerbung des Leders gehen. Das neue Material kann man, finde ich, auch gar nicht direkt mit dem klassischen Leder vergleichen. Es ist sowohl optisch als auch haptisch was ganz anderes. Es hat nicht den Glanz des typischen Leders, sondern ist eher matt und fühlt sich insgesamt sehr weich an. Ich denke, am nahesten kommt es an Wildleder, Velourleder oder Alcantara ran. Zumindest rein vom Gefühl her. Bei ganz genauer Betrachtung sieht man ja auch, wie der Name schon sagt, dass es sich hier um ein sehr feines Gewebe handelt. Die Kanten wiederum sind aus einem Material, das eher an das klassische Leder erinnert, nämlich nicht nur optisch, sondern auch haptisch. Das heißt, die Kanten der Hülle fühlen sich hier sehr ähnlich an wie bei der klassischen Lederhülle und sind auch, finde ich, ähnlich rutschfest. Eben im Vergleich zur Rückseite, die sich dann eher glatter und weicher anfühlt. Wie sieht es jetzt aber mit der allgemeinen Abnutzung aus? Diese Lederhülle wurde von einer Person knapp ein Jahr lang täglich mit einem 14 Pro Max benutzt. Die Person hat dazu gesagt, dass sie nicht besonders gut aufgepasst hat und das iPhone mindestens einmal im Monat runtergefallen ist. Aber gut, das ist, denke ich, hier auch nicht zu übersehen. Es könnte also hier auch so weit kommen, auf der anderen Seite kenne ich auch Nutzer, bei denen die Lederhülle nach zwei, drei Jahren Nutzung noch okay aussieht. Aber, und das ist auch meine persönliche Erfahrung, Kratzer und Abnutzungserscheinungen können hier sehr schnell entstehen. Ich mache das hier mit meinem Nagel gar nicht so fest und ihr seht, schon hat es Spuren hinterlassen, die nicht mehr weggehen. Auch wenn die Hüllen von Apple nicht wenig gekostet haben, darf man trotzdem nicht vergessen, es ist und bleibt eine Hülle. Bei Feinwoven ist das eigentlich nicht anders oder zumindest sehr ähnlich. Auch hier können sehr schnell solche Spuren entstehen. Also man stelle sich mal vor, das iPhone fällt einem runter und reibt über den Asphalt, man hat vielleicht einen Schlüssel gemeinsam mit dem iPhone in der Hosentasche, was ich persönlich aber eher vermeide, dann könnte im Laufe der Nutzung eben so etwas passieren. Ich habe aber auch schon von dem einen oder anderen Nutzer gehört, dass diese Spuren im Laufe der Nutzung auch wieder abnehmen sollen. Vielleicht könnt ihr aus Erfahrung da allgemein mehr dazu sagen. Die Hülle habe ich auch mal inklusive iPhone aus Hosentaschenhöhe auf einem Ziegelboden auf diese Kante fallen lassen, also es verhält sich wie gesagt ähnlich wie bei der Lederhülle. Wie manche von euch denke ich bereits wissen, nutze ich persönlich hier eigentlich eher selten Hüllen auf meinem iPhone. Speziell für dieses Video habe ich aber in den letzten Wochen auf meinem 15 Pro Max im Alltag diese Hülle hin und wieder mal getragen und habe ehrlich gesagt jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass sich so schnell solche Spuren hier zeigen. Ich habe dieses iPhone aber auch nur in die Hosentasche rein und wieder rausgegeben und vielleicht auch nur auf den Tisch gelegt, runtergefallen ist es mir auch nie. Man sieht hier höchstens so leichte typische Gebrauchsspuren. Aber wie gesagt, es hängt hier ganz vom Nutzer ab, von der Art der Nutzung und was genau mit der Hülle alles passiert. Aber wie ich bereits gesagt habe, auch wenn wir es bei Apple mit teuren Hüllen zu tun haben, es ist und bleibt eine Hülle. Kürzlich war ich beim Apple Store in der Nähe, vor allem um euch dann gleich die Apple Watch Armander zu zeigen. Aber ich konnte hier nicht an den Hüllen vorbeigehen, ohne euch das zu zeigen. Ihr seht, diese Hüllen werden im Alltag gar nicht mal wirklich benutzt, sondern hier einfach nur ausprobiert. Es könnte also möglicherweise mit der Zeit so aussehen. Hier sieht man denke ich auch den Abdruck eines Wallets. Wie sieht es jetzt aber bei den Hüllen mit Wasser oder allgemein mit Flüssigkeiten aus? Zwar sollte man ja den Kontakt zwischen Leder und Wasser vermeiden, aber das hier hat sich einfach abwischen lassen und es ist nichts passiert. Bei Fine Woven wiederum dauerte es keine zwei Sekunden und schon hat die Rückseite das Wasser aufgesaugt. Das aber lässt sich dann nicht einfach wegwischen. Die Rückseite ist dann richtig nass, aber zumindest gilt das nur für die Rückseite. Also das Wasser dringt jetzt nicht bis zum iPhone durch. Die Kanten wiederum sind davon nicht betroffen, denn wie ich ja bereits sagte, erinnern die doch mehr an das klassische Leder und so verhält es sich dann hier auch mit Wasser. Also das lässt sich ganz einfach wegwischen und danach ist hier keine Spur mehr davon. Nachdem ich die Hülle aber kurz geföhnt hatte, war sie dann wieder trocken und man hat nichts mehr davon gesehen. Also geschadet hat das Wasser der Hülle jetzt nicht, aber natürlich fände ich es jetzt unangenehm, wenn sie im Fall der Fälle nass wird und ich in dem Moment dann nichts dagegen tun kann. Von den Lederhüllen gibt es ja einige Berichte davon, dass ein MagSafe-Ladegerät einen Abdruck in Form des MagSafe-Rings hinterlassen soll. Wie sieht das jetzt hier bei Feinwoven aus? Nach gerade mal 10 Minuten am MagSafe-Ladegerät ist bereits dieser Abdruck hier entstanden. Aber wie ihr sehen könnt, lässt sich der ganz einfach wegwischen und ist danach kaum mehr zu sehen. Allerdings frage ich mich natürlich, wie das nach längerer Nutzung nach täglichem MagSafe-Laden zum Beispiel aussehen würde. Möglicherweise könnte sich der Abdruck also mit der Zeit mehr festsetzen. Aber wie sehen diesbezüglich eure Erfahrungen aus? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ganz allgemein konkret zu dieser Hülle muss ich jetzt aber sagen, dass das iPhone wirklich sehr fest und sicher drinnen sitzt. Also wenn ich das hier mal versuche rauszudrücken, geht das gar nicht mal so leicht. Da muss ich schon ordentlich Kraft aufwenden und dann geht das Ganze irgendwann leicht raus. Man könnte sogar sagen, so leicht und so angenehm lässt sich das iPhone gar nicht aus der Hülle entfernen. Aber eben umgekehrt, bringe ich die Hülle am iPhone an, dann rastet es sie auch wirklich gut und sicher ein. Insgesamt liegt die Hülle, finde ich, auch gut in der Hand, wie gesagt mit den eher rutschfesten Seiten und der insgesamt angenehm weicheren Rückseite. Optisch ist es aber natürlich reine Geschmackssache. Tatsache ist, ein 1 zu 1 Ersatz für Leder ist das hier nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, mir persönlich gefällt die klassische Lederhülle immer noch besser. Mir persönlich hätte es also gefallen, wenn Apple die klassische Lederhülle einfach nach wie vor anbietet, nur eben nicht aus echtem Leder. Gerne könnte Apple Fine Woven als neues Material als nach langer Zeit mal wieder neue Variante bei den Hüllen zusätzlich anbieten. Aber dass es Leder komplett ersetzt, das gefällt mir persönlich wie gesagt nicht. Obwohl ich Fine Woven wie gesagt als angenehm empfinde und es auch durchaus etwas hat. So zumindest mal mein ganz persönlicher Eindruck. Aber wie seht ihr das eigentlich? Jetzt aber genug zur Hülle, kommen wir mal zum Apple Watch Armand. Auch da hat Fine Woven Leder ersetzt. Bisschen anders finde ich ist das schon im Vergleich zur Rückseite der iPhone Hülle, aber sehr sehr ähnlich. Hier finde ich persönlich, dass mir Leder zwar optisch besser gefällt, aber dieses Armand hier fühlt sich am Handgelenk definitiv nochmal angenehmer an. Da macht sich also das im Vergleich zu Leder weichere Material finde ich schon positiv bemerkbar, aber wie gesagt, den edlen Look des klassischen Leders hat es hier leider nicht. Aber auch das ist natürlich Geschmackssache, also vielleicht gefällt einem das Fine Woven Armand optisch nochmal besser. Diese Farbe hier kommt übrigens über die iPhone Kamera in dem Video nicht optimal zur Geltung. Also eigentlich sieht dieses Armand farblich sehr ähnlich aus wie diese Hülle hier. Und da sehen wir dann zuletzt auch noch das neue Fine Woven Wallet. Da kann ich auf jeden Fall mal sagen, dass es in Kombination mit einer Hülle relativ gut sitzt und sich auch nicht so leicht verschiebt. Im Vergleich zur Nutzung ohne Hülle, also direkt auf der nackten Rückseite des iPhones, da ist das ja bekanntlich weniger der Fall, aber Probleme hatte ich ehrlich gesagt damit bis jetzt auch noch nicht. Zum Schluss also nochmal zusammengefasst. Fine Woven hat Leder zwar komplett ersetzt, ist aber trotzdem nicht damit direkt zu vergleichen. Es ist grundlegend einfach etwas anderes. Was das ganze Fine Woven Zubehör aber mit dem Lederzubehör gemeinsam hat, finde ich, ist die Verarbeitungsqualität. In der Hinsicht macht es auf mich nach wie vor einen qualitativ sehr guten Eindruck. Gemeint sind damit jetzt allerdings auch nicht die Abnutzungserscheinungen, die wir in diesem Video gesehen haben. Was sich ebenfalls im Vergleich zum Lederzubehör nicht verändert hat, sind die hohen Preise. 69 Euro für die Hülle, 69 für das Wallet, 99 für das Apple Watch Armband und 49 für den AirTag Schlüsselanhänger. So sieht zumindest mal meine persönliche Erfahrung und meine persönliche Meinung zu Fine Woven aus. Aber wie sieht es bei euch aus, vor allem diejenigen unter euch, die Fine Woven Zubehör schon länger im Alltag nutzen? Schreibt eure Erfahrung gerne in die Kommentare. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos, wenn ihr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank.